Herzlich willkommen zu den populärsten Gartenirrtümern und wie du sie vermeidest. Das Thema heute ist, umgraben lockert den Boden am besten. Dabei musst du wissen, die braunen Krümeln des Mutterbodens, dieser feine Boden, den wir immer als erstes sehen, ist nicht nur leblose Materie. Dort sind Millionen oder ach was, Myriaden von kleinen Lebewesen drin. Das können wir uns gar nicht in diesen Dimensionen vorstellen. Diese kleinen Lebewesen bilden dein Gemisch aus Mineralien und schwarzem Humus. Und die sind in der ersten Erdschicht vorhanden. Was du da sicher schon gesehen hast, sind Bakterien, Pilze, Asseln, Springschwänze, Regenwürmer und weiß Gott, was du sonst noch alles bisher gesehen hast. In dieser obersten Erdschicht finden diese kleinen Tierchen reichlich Sauerstoff und meistens Nahrung aus abgefallenen Blättern. Und jedes Umgraben stellt diesen kleinen Start auf den Kopf. Es schafft nicht nur die unterste Erdschicht, wo die Lebensbedingungen überhaupt nicht lustig sind, nach oben, sondern auch die Laubschicht wird nach unten vergraben, wo die Tiefe, die Zersetzung stoppt, weil da einfach der Sauerstoff fehlt. Daher möchte ich dir mal ein, zwei andere Möglichkeiten geben, außer Umgraben, deine Beete zu lockern. Die Best Friends im Garten sind ja immer noch die Regenwürmer. Nicht beliebt in Rasenflächen, aber in Beeten sind sie eine wirkliche Umgrabhilfe. Das Einzige, was die nämlich brauchen, ist organisches Material, wie Kompost, Laub oder Rasenschnitt. Das lockt sie nämlich an die Oberfläche und sie durchflügen den Boden und hinterlassen ein wirklich geordnetes System aus Gängen und nährstoffreichen Krümeln. Und die luftige Struktur dieser ersten Bodenschicht entsteht aus diesem System von Gängen und nährstoffreichen Krümeln, die im Untergrund entstehen. Größere Flächen lassen sich am besten mit einer Grabegabel bearbeiten. Im Gegensatz zum Spaten wird durch die Grabegabel der Boden nicht gewendet, sondern die Zinken werden in den Boden eingestochen, leicht angehebelt, um die Erdschollen zu lockern. Das ist was ganz anderes wie Umgraben. Zwar wird auch hier die Struktur des Bodens aufgebrochen, was ja auch Sinn und Zweck dieser Aktion ist, jedoch bleibt die horizontale oder der horizontale Aufbau erhalten. Das heißt, der kleine Staat bleibt erhalten, hat jetzt nur ein paar mehr luftige Löcher. Und der zweite Vorteil ist, der fruchtbare Oberboden wird nicht nach unten umgegraben, wo er ohne Sauerstoff keine Chance hätte, sondern bleibt an der Oberfläche liegen und wird mit der Grabegabel noch mehr durchlüftet. Ist der Boden aufgrund von Baumaßnahmen, was ja insbesondere bei Neubauten oder in Neubaugebieten zu sehen ist, wirklich stark verdichtet und du hast Zeit, ihn ohne Umgraben zu lockern, dann empfiehlt sich eine Gründüngung. Dazu gibt es spezielle Pflanzen, die ihre Wurzeln tief in den Boden versenken können, nämlich bis zu zwei Metern. Und das können Senf, Saatwicke und Bienenweiden. Die lockern den Boden und reichern ihn mit Nährstoffen an. Andere dieser wirklich krassen Wurzler sind Rotklee, Lupine und Ölrettich. Ist deren Grün verwelkt, sorgen immer noch die von den Wurzeln hinterlassenen Kanäle für eine weiterhin gute Drainage und Belüftung. Ein Jahr später hast du den besten Boden aller Zeiten. Nur in wirklich seltenen Fällen solltest du den Boden tatsächlich umgraben, nämlich dann, wenn er stark verunkrautet ist. Da werden die Erdschollen einfach akkurat von links nach rechts gewendet und das Unkraut landet im Untergrund und an die Oberfläche kommt die neue Erdschicht und ist frei für neue Bepflanzung. Auch schwere Lehmböden, die im Frühjahr bepflanzt oder beackert werden, sollte man vor dem Winter umgraben. Haben wir große Frostperioden oder lange Frostperioden, dann zerkleinert der Frost diese groben Schollen und hinterlässt einen feinen, feinkrümeligen Boden. Aufgrund der mangelnden Frostzeiten wird diese Prozedur, die uns die Natur von sich aus abnimmt, immer weniger. Dieser Vorgang heißt Frostgare. Diese Frostgare war bisher immer das beste Mittel zur Lockerung des Bodens ohne Umgraben. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Bodenbearbeiten ohne Umgraben. Nutze deine Regenwürmerfreunde eine gute Gründüngung und deine Grabgabel, um deine Beete zu lockern. Willst du nicht mehr allein in deinem Garten dein Beet beackern, dann komm doch in meine Garten-Community für mehr Austausch, Motivation und Feedback. Schick mir einfach ein grünes Herz und ich sende dir den Link für mehr Informationen. Jetzt ran an das Beet, ran an die Frostgare, in der Hoffnung der Winter kommt noch, oder der Frost. Wünsche ich dir ganz viel Spaß, deine Gärtnermeisterin Yvonne.